Gebe niemals auf und bleibe positiv. Diese Weisheit hat Dolph Lundgren vor einigen Tagen mit mir geteilt und darum geht es in meinem heutigen Blog. Die Frage, was passiert, wenn ich mal zu Boden liege, wenn das Leben zuschlägt, was kann ich tun? Regel Nummer 1, bleibe immer positiv, Regel Nummer 2, stehe immer wieder auf, denn liegen bleiben wäre die andere Möglichkeit, nur für dich das Nirgendsinn. Was Dolph noch gesagt hat und was noch hinter dieser Weisheit steckt, findest du unter www.normen-graeter.com.